Ich erkläre, wie man die Mitternachtsformel anwendet. Einfach einsetzen, anwenden, fertig. Also ich habe, hier habe ich die Mitternachtsformel und hier habe ich so eine typische Gleichung. Und ich muss wissen, dass ich die quadratische Gleichung als ax² plus bx plus c schreibe, gleich 0. Und damit sehe ich, a ist 1,5, b ist minus 2,5 und c ist minus 7. Und das setze ich ein. x12 ist gleich großer Bruchstrich. Ich habe mit Absicht was genommen mit so schönen blöden Minuszeichen, also minus b. Das ist jetzt an der Stelle, minus b. Und b ist minus 2,5, also minus minus 2,5. Plus oder minus? Wurzel aus. b². b ist minus 2,5 in Klammern zum Quadrat. Minus 4, a war 1,5, c war minus 7. Das Ganze durch 2 mal a, also 2 mal 1,5. Okay. Könnte man so in den Taschendrechner eintippen, muss man aufpassen, dass man wirklich auch dann diese ganzen Klammern genauso setzt. Dann würde auch schon das Richtige rauskommen. Aber eigentlich spart man Zeit, wenn man doch ein bisschen was im Kopf macht. Also die Vorzeichen. Ich habe an der Stelle minus minus, das gibt plus, 2,5 plus oder minus Wurzel aus. Hier Minus, Klammer zum Quadrat, das gibt 2,5 Quadrat. Dieses minus fällt weg, 2,5 Quadrat. Und diese zwei Minusse, die werden zu plus. Minus mal minus gibt plus, also habe ich hier plus. 4 mal 1,5 ist 2, 2 mal 7, Wurzel draus, 2 mal 1,5 ist 1. Ich bin auch ein fauler Mensch, aber manchmal lohnt es sich, bevor man den Taschenrechner tippt, das leicht zu vereinfachen. So, 2, stopp, also 2,5 plus oder minus Wurzel aus 2,5 Quadrat plus 14 durch 1. Ja, und das was unter der Wurzel ist, das kann man, man könnte es sogar im Kopf machen, aber das kann man im Taschenrechner machen, da kommt 4,5 raus. Und an der Stelle löse ich jetzt dieses plus oder minus auf, also x1 ist, die Eintel kann ich ja weglassen, 2,5 plus 4,5 und x2 ist 2,5 minus 4,5. Dann habe ich hier 7 und hier minus 2 und das sind die beiden Lösungen dieser Mitternachtsformel, dieser quadratischen Gleichung. Ich mache gleich noch zwei Beispiele, die so ein bisschen anders sind. Und die nächste soll lauten, das nehmen wir genau, a ein Viertel, ein Viertel x Quadrat minus x plus 1 gleich 0. Also a ist ein Viertel, b ist, also wenn hier nur minus x da steht, dann denkt man sich ein mal 1, also b ist jetzt minus 1. Und c ist 1, das wird eingesetzt in die Formel, die man schon auswendig wissen muss. Deswegen hat sie irgendjemand Mitternachtsformel genannt, sogar Mitternacht muss man die Formel noch wissen. Also x12 ist gleich, ist gleich, minus b, also minus minus 1, plus oder minus, Wurzel aus, b Quadrat. Minus minus 1 zum Quadrat, minus 4 mal ein Viertel, 4ac, 4 mal ein Viertel mal c, mal 1. Durch 2 mal ein Viertel. Die, ja so ein bisschen rechnen, x12 ist gleich. Also ich habe unten im Nenner 2 mal ein Viertel, ist ein Halb. Minus minus 1 gibt 1, plus oder minus, Wurzel aus. Minus minus 1 mal minus 1 ist 1 und ein Viertel mal 4 ist 1. Das heißt, unter der Wurzel kommt 0 raus. Also ist 1 plus minus 0 durch 1 Halb. Und dann kann ich dieses plus minus 0 auch weglassen. Also 1 durch 1 Halb. Und dann bekomme ich x12 ist 2. Und das ist die einzige Lösung. Also während ich da oben jetzt zwei Lösungen hatte, 7 und 2, habe ich jetzt nur noch eine Lösung. Also diese quadratische Gleichung hat nur eine Lösung, nämlich die Lösung 2. Und ausgelöst wurde das, weil unter der Wurzel, also das, was unter der Wurzel stand, wurde zu 0. Nächstes Beispiel. Es gibt nur drei so grundlegende Beispiele. Und zwar mache ich genau jetzt x². x², das will ich nicht, x² minus 2x plus 3 gleich 0. Also wieder a gleich 1, weil ich mir ein 1er vorstelle. b gleich minus 2, c gleich 3 einsetzen in die Meter nachzufolgen. Also x12, wenn es langsam langweilig wird, ist ein gutes Zeichen. Minus b, also minus minus 2 plus minus, Wurzel aus, b². Minus 2 zum Quadrat. Minus 4 mal a ist 1, mal c ist 3. Durch 2a. 2 mal 1 ist gleich. Ein bisschen hübscher machen. Minus minus 2 ist 2. Plus minus Wurzel aus, minus 2 Quadrat ist 4. Minus minus 4 mal 3 ist 12. 2 mal 1 ist 2. Und ich bekomme 2 plus minus Wurzel aus, minus 8 durch 2. So. Wenn man das in den Taschenrechner eingeben würde, würde hier ein Error kommen. Also das geht nicht. Nicht möglich. Es gibt keine negative Wurzel. Und das bedeutet, dass wir die Gleichung nicht lösen können. Also wir sind, also wir haben hier die Lösungsmenge, ist die leere Menge. Diese Gleichung gehört zu einer Parabel, die über der x-Achse thront. Und ich glaube, sie war sie nicht. Aber weiß ich nicht mehr, wo der Scheitel war. Ich glaube, sie schaut so aus. Und das ist passiert, weil unter der Wurzel nicht 0 oder irgendwas größer 0 rauskommt, sondern was Negatives. Deswegen nennt man auch das, was unter der Wurzel steht, dieses b² minus 4ac, das heißt Diskriminante. Also ich kann damit testen, ob ich jetzt 2 Lösungen, also wenn b² minus 4ac größer 0 ist, dann habe ich 2 Lösungen. Wenn b² minus 4ac gleich 0 ist, dann habe ich eine Lösung. Und wenn b² minus 4ac kleiner 0 ist, dann habe ich keine Lösung. Es gibt so Aufgaben, da wird nur gefragt, gibt es eine Lösung? Und dann muss man sich nur die Diskriminante anschauen. Das war das Thema. Jetzt kommt so eine letzte Bemerkung. Mathelehrer sind ja gemein, die schreiben manchmal die quadratische Gleichung so hin, nicht mit dem, sondern so. x² gleich 3 minus 2x. Und das Konzept lautet hier immer aufräumen. Also minus 3 plus 2x. Und ganz sauber, erst kommt das Quadrat. x² plus 2x minus 3 gleich 0. Und wenn ich es in dieser Form habe, dann geht das Spiel wieder weiter mit a gleich 1, b gleich 2, c gleich minus 3. Also erst aufräumen, dann schauen, was ist a, b, c, dann einsetzen in die Formel, mitternachtsformel. Und dann habe ich alles. Und mehr ist nicht dabei. x² 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 Vielen Dank.